Herzlich Willkommen zum Prospekte Angebote de Kanal. Vergessen Sie nicht das Video zu mögen und den Kanal zu abonnieren. Gutes Land irische Butter 1,69 Euro. 500 Gramm Putenschnitzel 3,99 Euro. Ananas 99 Cent. Persil Waschmittel 17,99 Euro. 500 Gramm Spargelweiß 3,49 Euro. 500 Gramm Erdbeeren 1,49 Euro. 40. Lorenz Grundchips 1,29 Euro. 25% auf alle Artikel der Marke Maggi. 500 Gramm Jakobs Auslese 3,99 Euro. 1 Kilogramm Speisemöhren 1,11 Euro. 500 Gramm Mini Pflaumentomaten 1,99 Euro. 400 Gramm Champignon Braun 1,69 Euro. 1500 Gramm Zwiebeln 1,69 Euro. Radieschenbund 75 Cent. 750 Gramm Rhabarber 2,49 Euro. 1 Kilogramm Apfelrot 1,99 Euro. 1 Kilogramm Mandarinen 1,49 Euro. 500 Gramm Traubendunkel 1,69 Euro. Chiquita Honigmelone 1,79 Euro. Dipladenia 3,99 Euro. Geranien oder Fuchsien 4,99 Euro. Bienenfreundliche Stauden 1,99 Euro. Tulpenstrauß 3,99 Euro. Kapmargeriten 2,99 Euro. 1 Kilogramm Bio Bananen 1,79 Euro. 100 Gramm Bio Ingwer 49 Cent. 500 Gramm Bio Zitronen 88 Cent. 400 Gramm Bio Paprika Mix 1,59 Euro. Bio Kräutertöpfe 1,29 Euro. 200 Gramm Saure Sahne 49 Cent. 500 Gramm Reine Buttermilch 49 Cent. Kräuter Quark 79 Cent. Laktosefreier Speise Quark Magerstufe 69 Cent. 500 Gramm Naturjoghurt 69 Cent. 250 Gramm Speise Quark 79 Cent. 4 mal 150 Gramm Joghurt nach griechischer Art Pur 99 Cent. 1 Kilogramm Joghurt Pur nach griechischer Art 1,99 Euro. 500 Gramm Fruchtquark 1,65 Euro. 250 Gramm Sahne Käfer 65 Cent. Milch trinkt 89 Cent. 500 Gramm Skier Pur 1,49 Euro. 200 Gramm High-Protein-Joghurt erzeugnis 99 Cent. 8 mal 100 Gramm Joghurt trink 1,99 Euro. Petarela Frischkäse 99 Cent. 200 Gramm Hummus 69 Cent. Kühlmann Omas Kartoffel oder Nudelsalat 2,49 Euro. Like Meat Vegane Spezialitäten 1,99 Euro. Parmeier Kartoffeln 1,79 Euro. Brücker Käsescheiben 1,49 Euro. Gasifeter oder Schafkäse 1,99 Euro. Loose Quese 2,29 Euro. Zottarella Rolle 1,49 Euro. Sandwich Scheibe 2,49 Euro. Körniger Frischkäse 1,49 Euro. Maasdamer Scheiben 2,39 Euro. Grateng Käse 1,99 Euro. Frischkäse 1,39 Euro. Weichkäse 1,99 Euro. Frischkäserolle 1,49 Euro. Camembert 99 Cent. Schmelzkäse Mix 2,29 Euro. Harzer Käse 1,79 Euro. Käsekreiner oder Debritz-Ziener 3,49 Euro. Bierschinken oder Gelbwurst 2,49 Euro. Big Burger 1,99 Euro. Pfälzer Leberwurst 1,39 Euro. Mini Geflügelbratwurst 2,99 Euro. Wenn Sie keine aktuellen Kataloge verpassen möchten, können Sie gerne unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren. Falls Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie es mit einem Daumen nach oben markieren und es mit Ihren Freunden teilen. Auf diese Weise können wir mehr Menschen erreichen und unsere Gemeinschaft vergrößern. Wir schätzen auch Ihre Kommentare und Ihr Feedback sehr. Teilen Sie uns gerne mit, was Ihnen gefällt und ob wir etwas verbessern können. Herzlichen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung. Herzlichen Dank für's Zuschauen. 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 Herzlichen Dank für's Zuschauen.